Wir sehen, dass die aktuelle weltpolitische Lage charakterisiert wird durch das Anwachsen der Instabilität. In verschiedenen Regionen erweitern sich die ehemaligen Spannungsherde und es kommen auch immer neue dazu. Es sammelt sich die negative Last der Konflikte an. Die Völker vieler Länder durchleben die dramatischen Folgen der von außen organisierten Umstürze. Eine solche Sachlage ist direkt verbunden mit dem Bestreben einzelner Staaten und Bündnisse, ihre Dominanz zu erhalten. Ihre Regeln aufzuzwingen, während sie vollständig die Souveränität, die nationalen Interessen und die Traditionen anderer Staaten ignorieren. All das wird begleitet mit der Aufstockung des militärischen Potenzials und der unverhohlenen Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. So wie auch von den Versuchen, einseitige Vorteile zu ziehen aus den von einer Reihe westlichen Staaten provozierten Energie- und Nahrungsmittelkrisen. Russland ist überzeugt, dass ein solch zerstörerischer Kurs die Politik der Erpressung und illegitimer Sanktionen eine reale Alternative hat. Das ist die Festigung der Stabilität in der Welt. Ein nachhaltiger Aufbau eines Systems der gemeinsamen und unteilbaren Sicherheit. Und die Lösung von Aufgaben großen Ausmaßes zur Gewährleistung der wirtschaftlichen, technologischen und sozialen Entwicklung. Und hier ist es in erster Linie notwendig, die Anstrengungen aller Länder zu koordinieren und eine sorgfältige gemeinsame Arbeit, basierend auf den Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der Partnerschaft und des Vertrauens. Gerade eine solche Herangehensweise bildet die Grundlage für die erneuerte Konzeption der russischen Außenpolitik. Ich habe es nicht nur einmal gesagt und betone es nochmal, dass unser Land bereit ist, zu aller engsten Zusammenarbeit mit allen Staaten, die daran interessiert sind, für den Kampf gegen die gemeinsamen Bedrohungen, gegen die gemeinsamen Herausforderungen, denen die Menschheit heute gegenübersteht. Wir wissen sehr zu schätzen, dass Russland viele Partner hat, in verschiedenen Regionen und auf verschiedenen Kontinenten. Wir schätzen aufrichtig die historisch festen, freundschaftlichen und wahrhaft vertrauenswürdigen Verbindungen mit den Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Und wir werden sie auch allumfassend weiter festigen. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine gerechtere, multipolare Welt erreichen werden, während die Ideologie der Exklusivität sowie auch das neokoloniale System, welches es ermöglicht hat, die Ressourcen der ganzen Welt auszuplündern, unweigerlich der Vergangenheit angehören werden.